Maxify, unser letztes Fortnite-Video zusammen, hatte 1000 Dislikes. Das, dazu sag ich nur, falsche Seite gedrückt. 1000, 1000 Dislikes! Aber meine Damen und Herren, ihr habt auch 50.000 Likes da gelassen, deswegen gibt es eine weitere Folge Fortnite. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr weiterhin Lust habt. Unser Ziel am heutigen Tag, Top 10 Maxify. Wir werden probieren. Das Ziel ist nicht der Victory, sondern Top 10. Oh, das sieht so traurig an. Ja, wir schaffen das. Ja, was denn? Ja, ich bin halt nicht so gut. Top 10 ist das Ziel. Mini-Paluten, glaubst du, dass wir gewinnen heute? Ja. Sehr gut. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Hallo. Ich habe mich perfekt angezogen für das Wetter und für den Strand. Oh, Alter, du wirst angeschossen. Alles gut. Ich halte das aus. Ich lese ein bisschen. Okay. Aus deinem neuen Buch. Wow. Ich schieße mich schon mal warm. Aus deinem oder meinem neuen Buch? Ich habe mich gerade hingestellt und habe ein Buch gelesen. Ah, sehr gut. Sehr gut. So bleibst du weg von mir. Ich setze mich auch kurz hin und lese natürlich hier die Schmahamas-Verschwörung. Den Glücksbringer-Hoodie inklusive Mini-Mini-Paluten gibt es jetzt wieder auf paluten.shop. Oh, es geht los. Mächtig. Und noch 10.000 Autogrammkarten musst du machen. Ja, ich habe 10.000 unterschriebene Bücher. Habe ich. Und da gibt es dann die Mittelschlund-Box. Aber das ist gerade alles ein bisschen chaotisch. Aber es kommt, Leute. Es kommt. Warte dran. Warte. Ich sage, wo wir runtergehen. Ja, ja, ja. Ich bin bereit. Warte noch kurz. Da hinten rechts. Das sieht gut aus. Wo ist hinten rechts? Zwei. Drei. Jetzt raus, Mächtig. Ich spring mir hinterher. Ich spring mir Banane hinterher. Ich fliege auf der Karte. Ich fliege nach. Ja, fliege mich. Willst du im Leichtturm oder was? Nee, da in die Stadt. Da in die Stadt. Ja, ja. Da ist gut. Das ist nicht so voll. Da gibt es guten Loot. So. Es sind auch schon 5 Leute scheinbar draufgegangen. Top 10 schaffen wir. Ich fliege die genau hinterher. Das habe ich beim nächsten Mal auch gedacht. Warum? Die sind schon alle so tief. Entscheide dich, wo du hin willst. Ja, wir gehen rüber zu den Häusern. Da habe ich jetzt eine gute Flugkurve. Oh Gott, ich werde schon angeschossen. Ja, du siehst jetzt lecker aus. Ich bin drin. Ich gehe rein ins Haus. Ich habe einen schon einmal getroffen. Ja, sehr gut. Ich bin drin. Oh ja. Okay, ich habe eine Waffe. Ich mache die Truhe auf. Sehr gute Items drin. So. Die brauchen ein Schild ein bisschen. Ja, das wäre wirklich gut. Also da im Haus ist jemand. Dann lass uns rein. Lass uns Zugriff machen. Der läuft irgendwo oben rum. Oben, okay. Nee, unten. Ich habe ein Zelt. Ah ja, ich bin hier. Ich bin bei dir. Oben, oben, oben. Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ah, ich habe Angst. Warte, ich komme. Ich gehe in die Offensive. Er ist runtergesprungen. Ah ja, okay. Oh Gott. Da ist noch einer auf dem Dach. Ich habe viel Schaden. Ich habe viel Schaden bekommen. Oh Gott, hier ist einer. Hier ist einer. Ich wurde gedowned. Aber ich habe gut Schaden. Der ist low. Der ist low. Der ist low. Beide sind da. Beide sind da, Maxi-Fall. Kommt, 10. Ja. Okay, warte, warte, warte. Oh, Alter, wie du die beide gemacht hast. Aber die waren low, ne? Der eine war low. Der Lover, den habe ich nicht bekommen. Warte, ich muss ganz kurz Sachen holen. Sag, wenn du was hörst oder siehst. Pass die Banane an. Was denn? Hörst du das? Nee. Shockwave-Granate. Nimm die Schrupphände hier. Ja, okay. Ah, ach so. Sorry, ich habe mich kurz erschreckt. Da ist einer. Da ist jemand. Maxi-Fall, ich liege schon wieder. Ich liege schon wieder. Maxi-Fall. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Komm, weiter, 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 weiter. Du bist eine Maschine, Junge. Du bist eine Maschine und ich liege schon wieder. Komm, du hast da, du bist nicht wangst. Ich bin zu Hause. Ja, ich komme. Warum liege ich denn immer? Ja, kraul wieder die... Danke. Wurf doch hoch. Jetzt leben wir noch 56 Leute. Wir schaffen. Wir holen win. Hier, für dich. Ich habe ein Zelt. Ja, setz das mal hin. Dann kannst du dich da reinsetzen und kriegst du Leben. Das ist ja geil. Junge, ich stehe jetzt da im Zelt. Okay. Du machst noch wenig bei dir, ne? Denk dran. Ja, ja, ich schluck die jetzt auf. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben noch kein Fullshit, ne? Also wir brauchen noch mehr Shit, finde ich. Okay. Und extra Shit auch. Ja, das sehe ich auch so. Das heißt, wir machen die Häuser kaputt. Achso, okay. Ja, ich gehe jetzt auch hier ins... Dann gehe ich... Ich gehe ins andere Haus. Ja. Ja. Ich habe Schild für uns beide. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich gucke, was ich hier für uns habe. Ah ja, ich habe noch ein Zelt. Ein Zelt, aber Munition. Ja. Warte. Ja. Oh Gott. Da, wo das Ding ist. Achso. Achso. Ah, sorry. Ich dachte, dass ich... Guck mal, ob ich da mit meinen kann. Ja. Tada. Oh, krass. Wir sind full mit Shit. Wir können, wenn du willst, dahin gehen, zu sehen. Okay. Ich glaube, ich höre da oben noch eine Kiste. Sag mal, ich höre da was. Ah, guck doch mal. Oh, hier ist auch eine blaue, so eine Waffe. Ja, die ist so eine Thermalwaffe. Oh, oh ja. Oh, da sieht man einiges. Jetzt schwimmen wir da hin. Okay. Achso. Okay. Ich komme rein. Oh, da sind aber Fische. Ja, Fische sind Freunde. Kein Futter, ne? Ja. Ja, nee, aber die sind da so... Oh, ich bin noch mal reingefallen. Die sind da so geschwommen. Kann man... Kann ich den da rausfischen? Ich kann so angeln. Achso. Ja, warte. Ich habe hier gerade ganz... Ja, okay. Aber 46 sind nur noch da. Das sieht wirklich gut aus, Maxiphal. Ich sage, wir schaffen das in der ersten Runde. Ich sage es dir. Ich spüre da was. Das wäre wirklich krass. Oh. Aber ich höre mal keine Ahnung. Da drüben. Da drüben auf dem Dach. Auf dem von der Tankstelle. Hast du gleich. Komm, hol ihn dir. Oh Gott, ich werde hart gehittet. Ich helfe dir. Der hat noch seinen Freund dabei. Ich bin sehr low. Ich versuche dir zu helfen, aber ich wurde hart von dem anderen. Da, ja. Oh, vorsichtig, Maxiphal. Ich bin wirklich low. Alles gut, alles gut. Ich bin wirklich low. Ich versuche dir hier zu helfen. Ich bin kaputt, mit der Schwitzhacke. Hast du wirklich? Ja. Auf komplett ins Respekt. Aber was ist sein... Sein Homie ist noch da? Auch kaputt. Auch kaputt? Ja, wunderbar. Hier, für dich. Na ja, danke. Er ist in klein, ne? Oh. Oh nein, die Zone. Alles gut, alles gut. Oh Gott, ich habe mega... Ist in dem Fisch. Der ist zu weit weg, Maxiphal. Ich habe mich zu dir hingeworfen. Ich warte, ich mache Medikit. Aber das schaffst du doch gar nicht. Ich schaffe das nicht mehr. Scheiße. Ich Maxiphal, ich lieg. Maxiphal, ich lieg. Es tut mir leid. Du bist mir zu gestresst. Wir können doch hier noch ein bisschen entspannt sein. Ja, nee, weil ich hatte so wenig HP. Nein, bleib jetzt lieber mir. Okay. Ich kann nicht immer reinkommen. Ja, ich bin überfordert. Ich habe da nicht so die Ruhe. Ich bin dann halt, weiß nicht, was ich da machen soll. Okay. Wie kriege ich das hin? Heil dich hoch mit dem Medikit. Okay. Wo ist der Fisch? Den habe ich jetzt gegessen. Und jetzt mache ich nochmal Medikit. Ja, okay. Jetzt ziehe mir das Medikit rein. Ich dachte, ich kriege auch ein Leben. Jetzt wird es für mich ein bisschen... Ach so. Oh ja, dann beeil dich schnell. Zeig ein. Ja, ich komme rein. Ja, schnell. Okay. Wie weit ist die Zone? Das wird ein bisschen interessant. Kann sein, dass du mir hochhelfen musst, ne? Oh Gott. Nee, da habe ich keine Zeit. Wie? Du hast keine Zeit dafür. Ich habe dir gerade geholfen. Ja, Maxi, ich habe aber nur noch 80 HP. Da waren Verbände. Ja, wie? 80, ich habe 20. Ja, aber das schaffst du doch jetzt rein, oder? Ja, wir müssen aber direkt weiterfahren. Wer, du steigst aus. Okay. Nee, ich fahre direkt weiter mit dir. Ich fahre... Da vorne ist irgendwas runtergekommen. Ja. Den greifen wir noch nicht an, weil ich habe keine Ebenen. Nein, 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 nein. Den würde ich auch nicht machen. Oh Gott, da wird gefightet. Fahr weg, fahr einfach weg. Nee, da hast du einen Panzer oder so bestimmt. Nee, nee, nee. Scheiße, nee, haben wir keinen Bock drauf. Ich kann verzichten. Fahr einfach weiter. Ich sehe, glaube ich, Medikator rechts. Ja, das könnte ich gut gebrauchen. Oh, hier sind sehr viele Splash. Mach das Lagerfeuer an. Okay. So viel Splash hier rumlegen, sind die dumm? Ich weiß es nicht. Oh, ja, das hört... Oh, oh, Maschallah. Es sind immer noch zwei. Ja, oh, ja, sehr gut, sehr gut. Dann wieder rein ins Auto? Ja, willst du fahren? Ja, ich fahre. Ich fahre. Ich bin sehr gut. Ich glaube, wir sind jetzt schon Top 10, ne? Wir sind 31. 31 sind es noch. Wir holen das, Frau Luten. Ich habe es gesagt. Wenn wir es holen, dann müssen wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben dalassen. So ist es. Ja, aber auch bitte, wenn nicht, Leute. Also, wenn ihr Bock habt auf... Ja, weil ich weiß, es werden wieder so viele Leute Dislike dalassen. Also, es war auch kein Scherz. Man sieht ja irgendwie Dislikes nicht mehr. Paletto sieht die noch. Und ist ja vollkommen okay. Wenn einem das Video nicht gefällt, vollkommen legitim. Aber, Junge, ich habe halt nie 1000 Dislikes. Einfach nicht anklickt. Oh, wo sind... Ist das fielded? Ja, da sind wir in Tilded drin. Das ist Tilded Tower. Ja, cool, ne? Okay, da ist ein Medi-Kit. Wollen wir nicht. Achso, okay. Ja, dann fahren wir doch mal... Oh, meine Nase juckt gerade so. Tut mir leid. Hier längst. Oh, ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Wir müssen irgendwo nach oben fahren. Wir müssen irgendwo ganz weit nach oben. Nach oben? Wenn wir unten rumfahren, kann es sein, dass die alle auf uns gehen. Achso, ah, ja, ja. Alles gut, dann fahre ich hier nach oben. Warte, das Auto ist schneller. Ja. Das ist besser. Oh, das ist aber knapp gerade. Da hast du mich nicht zurückgelassen, ne? Nein, würde ich niemals machen. Ich glaube, das Happily ganz oben wäre sehr gut, aber... Nee, das ist zu gefährlich. Ja, das ist sehr gefährlich. Aber hier ist doch gut. Da ist besser. Da, wo ich markiert habe. Recht? Ah ja, okay. Oh, eingehende... Warum ist hier eine Rakete? Aber das kenne ich nicht. Maxi, fall, wir kriegen eingehende Rakete. Oh Gott, Alter, das... Ich wusste nicht, dass... Was ist da? Ich kenne das selber nicht. Da drin sind wir recht sicher. Da ist ein Wolf. Du hast einen Wolf umgebracht? Nein, der greift mich an. Maxi, fall. Ich habe keine Munition mehr. Oh Gott. Wildtiere gejagt. Ah, er hat mir einen Chickenwing gegeben. Komm mit nach oben dann gleich rein, okay? Oh Gott, hier ist noch einer. Komm hoch. Ja, ich komme hoch. Komm rein und dann mach die Tür zu. Ja. Und hier oben warten wir ein bisschen taktisch. Okay. Schön ducken, damit... Ich habe kaum noch Munition, aber ich habe zwei... Was hast du mit Munition? Ich brauche für meine Stachler-Maschinenpistole. Oh ja, vielen Dank. Das ist doch keine Ursache. Wir warten noch ein bisschen, bis die Zone gleich zu ist. Und dann gehen wir weiter. Und in der Nähe gibt es ein Auto und eine Kanone, damit wir uns fortbewegen können. Wollen wir nicht weiter? Wir können auch jetzt schon weiter, aber es wäre halt ein bisschen riskant. Riskant ist mein Spitzname. Ich lasse ganz kurz gucken, ob hier jemand ist. Ja. Hier ist noch ein kleiner Sploschi. Ja, das Auto ist gut. Das Auto ist sehr gut. Warte, ich komme. Bin drin. Oh, du sitzt aber hinten. Ja, aber ich habe Kindersitz. Alles gut. Okay. Wo soll ich hin? Äh, eigentlich in die Zone halt reinfahren irgendwie. Wo ist die Zone? In die Zone und... Ah, da, ja, ja, ja. Okay, okay. Hast du auch den Wehrwolf gesehen? Ja, der ist hinter uns. Aber den lassen wir leben, weil wir sind Tierfreunde. Oh, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Oh Gott, der hat... Was war das denn? Oh, das wird ein Treffen, aber fahr einfach weiter. Sechs Plätze noch, Maxify. Sechs Plätze. Wir kriegen das. Hier ist ein Zeppelin. Nee, 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 fahr einfach weiter, fahr weiter. Okay, okay. Weil die greifen uns, die wollen uns jetzt unbedingt fertig haben, weißt du? Oh Gott, wir wurden gerannt. Der ist ausgestiegen. Maxify, hier vorne. Oh Gott, eingehende Rakete. Hab ihn. Sehr gut. Oh Gott. Und der Auto raus. Aussteck, aussteck, ausstecken. Raus. Oh Gott. Oh Gott, ich wurde richtig gehittet. Nein, nein, ich scho... Da ist irgendjemand explodet. Ah, hast du ihn? Ja. Ja, ich hab dich. Sehr gut. Ich wollte... Ich hab aus Versehen, ich hatte eben noch auf meine... Ich bin so überfordert. Oh Gott, hast du was? Okay, nimm die Mini, nimm die Mini ein. Ja, warte, ich esse Fleisch. Ich hab noch von dem Wolf Fleisch. Ja, und dann die Mini und dann halt ich uns noch ganz hoch. Das ist der neue Raketenwild. Der ist wirklich neu, der Raketenwild. Da vorne ist noch eine Kiste. Oh, ja. Sehr gut. Da ist ein Rabe. Soll ich den machen? Wenn er leuchtet, dann ja. Ja, ja, der leuchtet. Wildtierige Jagd. Oh, der hat so eine epische. Oh, ja. Die sieht gut aus. Guck mal, hier ist ein Raketenwild. Willst du ihn mitnehmen? Der neue? Ja, der ist neu. Lass mal irgendwo nach oben gehen, wo wir eine gute Position haben, weißt du? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. 10. Wir sind Top 10, Maxi Fall. Wir haben es geschafft. Ich sag dir, wir holen das noch, Paluden. Da hinten, links, da hinten, links. Ja, ja, noch nicht schießen, noch nicht schießen. Ach so, ja, ja, okay, 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 okay. Wir sind gerade in der Mitte. Lass mal hier hingehen. Da kommt ein Auto. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah ja, du bist drin. Sehr gut, sehr gut. Ich finische ihn. Wo ist dein Kollege? Oh Gott, oh Gott, hier gibt es Explosions. Da unten. Hab ihn. Da drüben, unter der Brücke, unter der Brücke. Ja, ich muss mich hochhallen. Paluden, du musst dich hochhallen. Bitte geh in den Deckung. Ja, nee, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Es tut mir leid. Er schießt auf mich, er schießt auf mich, Maxi Fall. Ich bin hier runtergeslidet. Ich schieße auf anderen gerade. Ja, ja, ich versuche einfach nur nicht drauf zu gehen. Ich bin hier hinter dem Stein, falls du mich wiederbeleben möchtest. Ja, ja, ich komm gleich. Ich bin gleich. Ich hab nur noch 10 HP. 9. Ja, ja, ich komm. 9, 7, 3. Oh, okay. Oh ja. Oh, der schießt. Rette dich, rette dich lieber. Ich bin nutzlos. Sonst, wenn du denkst, du machst das, dann scheiß auf mich. Hab ihn. Oh, alter, krass. Noch zwei Leben, Paluten. Wenn die mich jetzt von hinten abschießen. Dann tut es mir leid. Ich hab auch kein, ich hab nichts mehr zum Hochheilen. Ich bin eine nutzlose Paname. Ich geh kurz hin und hole ein Leben vor uns. Oh Gott. Du kannst mich doch jetzt nicht verlassen. Guck hier, ich werf dir alles gerade zu. Paluten, ich werf dir gerade alles zu. Achso, achso. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab das noch nicht. Du musst mir das doch sagen. Jetzt hab ich die Sachen alle genommen. Warte. War du nicht schaffen das. Okay, wir musst jetzt nur mal kurz ein bisschen zusammenreißen, okay? Ich heiß mich doch zusammen. Ich spiel das doch bloß nie. Ich wollte da vorne mir was anderes holen. Ich geh kurz nach oben. Ich hol mir noch mehr Leben von oben. Ja, ja, hier ist ein Medikick. Oh, Paluten, das ist nicht gut. Ich muss weg. Okay, tschüss. Wo willst du hin? Ich hab ihn weggeschossen oben. Ja, ich helf dir. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh Gott, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Schieß auf ihn, Paluten. Mach ihn kaputt. Ja, ich bin tot. Nein, das war der letzte. Nein. Oh, Paluten nicht. Bist du auch tot? Nein, nein, nein. Ich lebe noch. Ach, du lebst noch. Du lebst noch. Du mach ihn da. Oh ja, genau, da ist er. Schaffst du, schaffst du. Ja, den hab ich. Klatsch ihn, klatsch ihn, die Hits. Wir haben's. Ich hab's gesagt, Paluten, wir gewinnen. Wir haben's nicht. Ich hab's gesagt, ja, ich hab nicht mal einen Kill gemacht. Und ich hab 13 Kills. Let's go. Oh Gott. Wie ist das? Also, du müsstest aber jetzt auch wirklich mal einen Stamm nach oben da lassen. Falls ihr noch mehr sehen wollt. Nächstes Ziel ist es. Top 10, aber ich mach einen Kill. Okay. Leute, was für eine verrückte Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Falls ja, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Dann kann ich sehen, ob ihr noch Lust habt auf weitere chaotische Folgen mit Paletto und Maxify. Ja, schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Bei ihm haben wir auch eine sehr, sehr lustige Folge aufgenommen. Ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und danke fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhafen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye.